Hallo Freunde, schön, dass ihr zuschaut. Ich habe heute die Annalena hier und wie ihr seht am Hintergrund, wir sind in einem anderen Salon. Wir geben heute ein Seminar mit einem super tollen Modell. Ich darf euch ganz kurz erklären, was wir hier vorhaben. Ihr seht, die Haare sind gleich lang. Wir werden eine Stufung rein machen und dann sind hier, könnt ihr vielleicht auch sehen, Strähnchen drin. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Flüssigkeit angeht und werden hier eine schöne Spiralwelle machen. Ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Und unser zweites Modell ist da, die Rebecca. Rebecca, schau mal kurz in Richtung Kamera, damit ihr sie von vorhin gesehen habt. Die Rebecca hat eine ganz spannende Geschichte mitgebracht und zwar hat sie vor einem halben Jahr eine Dauerwelle machen lassen, die aber nicht gehalten hat. Und das war natürlich für uns heute, für das Modelltraining, für das Seminar eine ganz tolle Geschichte, dass wir so eine Ausgangslage haben. Hier werden wir heute beweisen, dass man durchaus ein schönes Lockenergebnis hinbekommt. Viel Spaß mit diesem Video weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.